Keine Bindung ist so stark wie die zur Familie. Dad, hast du dir schon mal gewünscht, dass alles wieder so werden könnte wie früher? Deine Mutter und ich haben wirklich versucht, unsere Ehe zu retten, aber auch sie hat ein Recht auf ein enges Leben. Eine Liebe von Geburt an. Deine Mom heiratet wieder. Ich weiß, es gefällt ihr nicht, aber ich glaube, du solltest ihm eine Chance geben. Zu denen, die wir uns aussuchen. Ja, ich will. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Sie dürfen die Mord jetzt küschen. Lange nicht gesehen. Wir haben uns bestimmt eine Menge zu erzählen. Doch keiner kann seiner Vergangenheit entkommen. Da gibt's noch mehr. Das will ich auch. Er hat den Mann getötet. Wer? Rick, ich hab selbst gesehen. Es gab keine sichtbaren Spuren in Ihrem Wagen. Ich weiß, was ich gesehen hab, okay? Ich hab mir das nicht ausgedacht. Danny, bitte, hör damit auf. Er weiß, wie es war. Danny. Wird jemand als vermisst gemeldet, ruf ich sofort aus der FBI. Das wird nicht reichen. Paramount Pictures präsentiert. Danny belügt seine Mann, seine Lehre, so ziemlich jeden. Aber, aber was? Mich hat er noch nie belogen. John Travolta. Das Feuerzeug kenn ich. Es gehört Ray. Er hat es mir geschenkt. Lassen Sie es auf Fingerabdrücke untersuchen. Ich verschwende meine Zeit nicht mehr mit diesen Lügengeschichten. Glaubst du wirklich, ich würde einen Killer heiraten und meinen Sohn gefährden? Vince Vaughn. Du hast von einem Mord geträumt. Was du angeblich gesehen hast, was dir so bildhaft erscheint, ist nur in einem Traum. Du willst doch bestimmt nicht, dass dein ganzes Leben zu einem Abtraum wird, nicht wahr, Danny? Beurteilt wegen Kreditwucher, Erpressung. Ich biete die Hälfte der gesamten Sommer. Das Angebot können Sie vergessen. Du hast deinen Wert richtig lieb, ne? Was meinen Sie? Was wäre der Gnuss zustoßen, oder? Wenn du nicht aufhörst, bring dir dich um. Von dem Regisseur von Sea of Love und Meryl. Danny konnte sich immer auf mich verlassen. Daran hat sich nichts geändert. Die glauben Dannys Geschichten doch auch nicht. Zeigen Sie mich jetzt an, oder nicht? Du bist ein kleiner Lüge, nicht wahr, Danny? Frank! Bring Danny aus dem Haus. Hast du verstanden? Sie haben es nicht drauf, ein Vater zu sein. Nein! Das werden Sie büßen.